Das Holz ist morscht. Es riecht nur über dem Süß. Es gibt keine Sterne. Die Tür weint ein bisschen. Du hast blasblaue Augen, meine Frau. Ich bin sehr müde Kuckmau meiner Atmen. Es hängt weiß im Zimmer, weil es so kalt ist. Es riecht wie Kuchen. Lachen nicht, weil unser Kind schläft. Guck mal das Wärmelicht. Unser Kind ist nur eine Stunde alt, aber er hat schon alles. Er hat Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Augen müssen groß sein, weil er sehen muss. Und seine Nase und Ohren sind rot. Er lebt. Wir haben unsere Haferflocken. Ja, das ist gut. Es ist sehr kalt. Wie schade. Du hast unsere Kind gekriegt, aber du musst frieren. Es gibt niemanden, das ich dafür die Faust in das Gesicht schlagen könnte. Guck wie ein Heiligenschein. Siehst du? Heiligenschein! Wir haben das Licht für die Infektions, Herr. Wir wollen die 10 Minuten entsetzen. Aber wir haben ein kleines Kind. Wir sind ganz leise. Wir sind ganz leise. Ich bin froh. Ich brauche nicht, weil das Kind hier ist. Ein Esel. Ich habe sieben Monate daran geschnitzt, für das Kind. Was ist mit den Füßen? Wasser vom Hunger. Und der andere? Der dritte? Auch nichts. Es sind nur die Nähden. Ich habe eben zu viel Angst gehabt. Das war's für die Nähden. Schöne Heiliger sind Sie? Schöne Heiliger hat das Kind geschrien. Er hat so stark geschrien. Deshalb sind die drei gegangen. Schau mal, wie liebendig er ist. Weint er? Nein, ich glaube, er lacht. Was wie Kuchen. Wie Kuchen. Ganz süß. Heute ist ja Weihnachten. Ja, Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020